Hallo meine Freunde zu einem neuen Video. Heute sind wir mit SPS Kopfhörer mit einem schönen Headset noch. Das kann man also auch zum Telefonieren brauchen. Und hier sieht man noch das schöne Design im Ganzen. Hier sieht man auch noch die Größe und hier kann man dann so aufklappen. Wow und hier gibt es einmal ganz klein, einmal so mittelklein, einmal größer und einmal riesig. So, jetzt öffnen wir das mal. Ich öffne es schnell mit der Schere zusammen, weil es geht so praktisch nicht, Leute. So, wir haben es aufgetan, beöffnet. Wow, richtig schön. So, die Schere können wir weglegen. Und hier können wir dann so auf, öffnen das Ganze. Wow, das ist cool. Und jetzt kommt der spannende Teil. Und zwar, wow, das kann man jetzt so rausziehen. Und, oh, mir ist hier was rausgefallen. Ah, und hier ist dann noch die Anleitung. Braucht eh niemand. So, jetzt kommen wir zum einfachen Teil und zum besten Teil. Hier sind die schönen Kopfhörer. Wir nehmen sie mal aus der Verpackung raus. Schön silben. Oh, sie sind hier noch angeklebt mit Klebeband. So, jetzt. So, rausnehmen. So, der erste raus. Der zweite auch. Und hier sind dann noch so Noppen. Und jetzt. So, hier sind jetzt noch mehr Noppen. Richtig viele. Wir bauen es auf. Eigentlich ist das hier jetzt egal. Und ja, wir probieren mal unsere Kopfhörer aus. Und zwar an meinem Handy. An meinem iPhone 5. Jetzt hier noch schnell öffnen. Und so jetzt. Okay, ich habe sie angezogen. Und wow, ich höre mal. Man hört richtig. Man hört es richtig gut. Die Kopfhörer immer noch so wie vorher. Richtig cool. Und jetzt probieren wir mal was aus. Und zwar jetzt nehmen wir mal die Noppe ab und setzen eine andere drauf. So, geht das auch. Das geht auch gut. Perfekt. Und ja, man hört es auch richtig gut. So. Jetzt weglegen. Und jetzt kommen wir noch mal zu den Kopfhörern. Hier drauf steht noch als Warnhinweis. Man soll sie nicht in den Müll werfen. Und so. Bis zum nächsten Video. Das nächste Video wird ein Let's Play. Barcelona gegen Real Madrid. Ciao. Bis nachher.